Das ist der Wahnsinn. Wir spielen Maumau und die Leute haben echt gute Laune. Und das Schöne ist, ich sehe ja so ein bisschen den Punkt, der Stand, Minze spielt nicht schlecht. Wir spielen noch. Wir sind in der Lagerhalle und wir haben diese Lagerhalle umgebaut zu einer Karten-Arena. Wir spielen Maumau im Turnier und man sieht 15 Pinkel gegen 15 Minze. Wir treten gegeneinander an und wir suchen heute die Mannschaft, die am besten Maumau spielen kann. Und die Stimmung ist grandios und hier werden wirklich Erwachsene wieder zu Kindern. Das macht wahnsinnigen Spaß, ganz ehrlich. Wir haben beide nur vier Mal verloren. Nur vier Mal? Ja, die restlichen Male. Wie oft haben wir den gespielt? Zwölf Mal oder wie oft? Ich habe 60 Mal gespielt. Ich glaube, du 80 Mal. Mindestens. Frenz Cup 32 geht zu Ende. Das ist der Pokal und das Schöne ist, ich weiß noch nicht, wer heute gewonnen hat. Wer heute beim Maumau-Turnier die Nase vorn hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Punktevergabe, die kann nur ein Mensch machen, der steht da drüben. Das ist Marcel. Und ich muss sagen, es hat ganz knapp Team Minze gewonnen. Ich muss sagen, wie immer, Dankeschön, mal den riesengroßen Applaus an die Spaderbank Hamburg für 1.000 Euro. Wahnsinn. Die Spaderbank gibt 1.000 Euro und wir stocken das Ganze auf mit dem Geld, was wir heute eingenommen haben. Und wir sagen Dank an euch, ihr wart fleißig. Wir haben heute eine sagenhafte Summe in Höhe von 852 Euro. Das sind jetzt 1.852. Ich würde das gerne irgendwie ein bisschen aufruhen. 900 Euro. Perfekt.